Nur diejenigen, die es wagen, tief zu fallen, können große Erfolge erzielen. Hallo und herzlich willkommen zu einem Tornado's Dream. Wir spielen heute Trackmania Turbo und wir sind schon so gespannt. Ich gebe zu, ich habe schon vorher gespielt, aber ich habe immer noch Bock drauf. So, schauen wir mal erstmal hier, was wir uns Schönes wieder für die Augen gönnen können. Schaut euch mal an, wie bunt das ist. Also das lohnt sich auf jeden Fall, das sieht schon cool aus. Ich lasse mal das ganze Gedöns jetzt hier erstmal laufen. Freier Fall, also das hier ist auch kein realistisches Rennspiel, das ist reines Arcade. Hat schon ein bisschen was Formel 1 mäßiges noch, wa? Mann. Na egal. Rein. Lasst uns starten. Gehen wir mal auf, äh, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Äh, 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 Trick, äh, Multiplayer, äh, 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 Kampagne. Ja. Ah, Solo-Kampagne. Genau. Wo haben wir denn Silber? Da haben wir Silber, 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 Silber. Wir wollen ja eigentlich immer nur Gold. Starten wir gleich mit Level 7. So wie war denn die Steuerung nochmal? Warte, jetzt mit Wippe. Jo. Oh. Ah ja, das war ja ziemlich oft hier, nur mit Driften. Röger, röger, röger. Ah, da hat er mich schon wieder abgehangen. Ist aber zu schaffen. Ist aber zu schaffen. Komm nochmal. Wir lassen uns auch hier nicht die Laune versauen. Let's go. Und rundherum. Schön in den Drift. Hm. Jetzt muss ich durch die Kurve einfach schneller kommen. Ah, ah. Bleib da besauen. Hm. Bumm. Ja, die habe ich schon mal. Nö, nö. Hm. Ja. Sauhund. Sauhund. Jo, jetzt habe ich den. Nein. Das ist mein Gold. Hm. Ich will aber Gold. Ihr wisst ja, der Maßstab der Dinge ist bei uns nur Gold. Ich hole mir das Gold jetzt. Ein bisschen, nur ein bisschen reingedriftet. Ja, genau. Jetzt schaffe ich es. Oder doch nicht. Ja, ja, ja. Doch, 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 doch. Nicht, du Sau. Ja. Jawoll. Entschuldigung. Mich freut sowas. So, jetzt haben wir hier Gold, 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 Gold. Da könnte ich eigentlich auch nochmal Gold probieren. Ach ja, ich wollte ja auch ein paar Sachen besprechen. Und zwar hat mein Vater an mir was kritisiert. Oder sagen wir mal nicht kritisiert. Aber er meinte, ich soll mal immer so ein bisschen mehr erzählen. Und mehr erklären in meinen Videos. Wenn ich so eine Sache mache. Weil es kann ja auch sein, dass irgendwelche Neuen dabei sind. Aber hier gibt es jetzt nicht viel zu erklären. Es ist ein reines Arcade-Spiel. Das heißt also, ein Spiel, was jetzt nicht besonders realistisch ist oder so. Okay, Gold. Los. Oh nein. Ach, an sich ja ganz einfach, wa? Ob ich den kriege? Also macht doch übelstes Fade, dieses Spiel. Nein. Nicht sowas. Das war Mist. Nochmal. Und wie komme ich nicht aus dem Knick mit der Karre? Nochmal. Ja, wenn man natürlich in die Wann fährt, kann das nicht funktionieren. Ja. Jawoll. Weg ist er. Gold. Nur Gold. Ich liebe es, dieses Gefühl, Gold zu kriegen. Ich mache Part. Also hier eins, Gold, 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 Gold. Vier, fünf Gold. Alles fünf Gold. Und jetzt hier geht es auf acht. Mal sehen, was wir jetzt kriegen. Für eine geile Strecke. Oh. Berge. Berge, Berge. Oh, 21 Sekunden. Nicht die Wand. Oh. Ui. Oh. Cool, dass man so viel sieht. Hä? Okay, nicht zu schnell. Nee, warte nur. Oh, Entschuldigung. Oh, wir gegen das Mikrofon gekommen. Mal Vollgas, oder? Wie, das ist ja gemein. Also ich muss hier ein bisschen weniger Gas geben. Also Vollgas geht nicht. Drei Viertel Gas, oder? Mal gucken. Vielleicht ist es? Ja, ja. Oh, 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 oh. Schlecht, schlecht, schlecht. Na ja, ganz große Klasse. Ganz großes Kino. Was für ein Fest. Direkt in die Grube. Nein! Ich habe nicht gelenkt. Ich habe geträumt. Also, es wird jetzt schon schwer. Jetzt wird es langsam schwer. Komm, komm, komm. Okay, so geht's. Gold. Ich fliege und reite auf der Welle. Gold. Ja. Also, wenn man den Bogen erstmal einmal raus hat, dann ist es einfach. 20,35 Gold. Haben wir noch zwei und dann sind wir ja schon durch. Nur diejenigen, die es wagen, tief zu fallen, können große Erfolge erzielen. Gibt keine Bronze. Wir machen gleich Gold. So, okay, wo fahre ich jetzt hin? Unten durch. Steilkurve. Geil, Steilkurve. Das ist richtig geil. Und weg. Also, so ein Spiel würde auch mit einem Lenkrad keinen Sinn machen. Da bist du ja nur am Rudern. Oh, direkt in den Bagger. Ich bin auch so ein Irrer. Ich will gleich aufs Ganze gehen. Statt, dass ich die Strecke erstmal kennenlerne, wa? Nee, muss gleich Vollgas geben. Ich weiß gar nicht viel. Nein! Oh, den, also... Also, den Sieg habe ich jetzt gerade verschenkt durch diese Bremseinheit gerade. Ich hätte nicht bremsen dürfen, dann hätte ich ihn gekriegt. Gut. Nein! Legostein im Prinzip. Ich bin gut. Moment. Das ist anstrengend. Nein! Nee. Oh, ich titte. Stich rechts ran. Nicht zu weit. No. Gegen der Planke. Nicht zu weit links fahren. Oh. Mensch. Trotzdem galt, 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 galt. Jawoll. Ich muss aufpassen, ich darf nicht so laut schreien. Es ist schon so spät. Es gibt keine Kompromisse. Nur Gold. Konzentration. Durchziehen. Nein. Nein. Scher dich weg. Nein. Dieser verdammte Geist. Trophäe erhalten. Weiße Kennen geschafft. Oder was stand da? Keine Ahnung. Ne, egal. Ich sage mal mal so. Ich bin den Geist ganz schön gefährlich auf die Pelle gerückt. Ich gebe erst, wo ich Gold habe. Toll, jetzt fahren wir auch noch gegen zwei Geister. Einmal gegen meinen Geist und gegen den Goldgeist. Na, komme ich ran an die Sau? Ja. Na. Ich schaffe es nicht mehr. Er hat immer so einen guten Endspeed, der Typ. Aber wenn du ihn triffst, bin ich irgendwie ein bisschen besser. Aber irgendwo hat er dann immer noch das letzte I-Tüpfelchen im Päddo. Komm, man. Wenn er jetzt hier nicht kommt. Ich darf mir jetzt nicht auf die Pelle rücken. Ah. Ich muss eins werden mit der Straße. Ich muss verschmelzen mit meinem Verstand und meinen Können. Und dann ist es mir möglich, schnell zu sein. Gold, 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 gold. Goldige Zeiten. Oh, ich bin so gut. Nein. Ich bin so scheiße. Außergewöhnlich. Du hast die Goldmedaille errungen. So, jetzt hier der Beweis. Alles Gold, gold, gold. Ciao, euer Tornado. Ne, macht's gut, euer Tornado. Ciao. Tja.